Yoga-Therapie vor Bluthochdruck. Namaskar, herzlich willkommen in der Dr. Mishra Academy. Wenn Sie sich während der Praxis unwohl fühlen, hören Sie auf oder machen Sie eine Pause. Unser Ziel ist es, Ihnen zu helfen, Ihre Lebensqualität zu verbessern. Lassen Sie uns also beginnen. Erste Übung ist Vajrasana. Stecken Ihre beiden Beine oder kommen Sie auf. Stecken Ihre beiden Beine. Jetzt beugen Ihre Rechte Knie und dann beugen Ihre Linksknie. Beide Knie zusammen, Ihre beiden Größen zusammen und Po zwischen Ihren beiden Fersen. Und Rücken bleiben gerade. Hände auf dem Knie. Es ist Vajrasana. Können Sie ein bisschen einmal drehen, bitte, hinter. Ihre beiden Größen zusammen und Fersen entspannt. Wenn Sie fühlen Schmerzen oder unbequem, dann nehmen Sie Kissen unter Po oder unter dem Fußgelenk. Vajrasana ist eine sehr besondere Übung. Sie können diese Übung nach Essen machen. Das ist nur eine Übung. Sie können gerade nach Essen machen. Das ist sehr gut für Ihre Verdauung, ruhige Atmung. Öffnen hier ein bisschen Brust, so Ihr Rücken ist ganz gerade. Augen schließen für einen Moment. Normal Atmung. Und danach bitte öffnen Augen. Nächste Subung ist Vajrasana. Kinderhaltung. Vala ist Kinderhaltung. Jetzt bleiben in dieser Haltung. Und langsam nehmen Hände vorne. Hände auf den Boden. Hände auf den Boden langsam. Handflecken auf den Boden. Und beugen von Ihrer Hüfte wie weit so möglich. Dann bleiben Sie auf den Boden. Und lassen Sie hängen Ihren Nacken. Wenn Sie fühlen Druck in Ihren Kopf. Bitte kommen Sie zurück. Nicht fühlen und bleiben so. Und mit Hilfe bei den Händen. Beugen hier. Und dann stehen Sie auf den Boden bei den Händen. Oder wenn Sie möchten, Sie nehmen einen Block. Oder ein Kissen. Alles ist möglich. So bleiben Sie in dieser Haltung. Und jetzt langsam zurück. Hände auf den Knie. Rücken bleiben ganz gerade. Augen bleiben zu. In Bluthochdruck. Nicht machen schnell. Nehmen Zeit. Ihre Körper. Ihre Körper. Atmung. Und Gedanken. Alles in einem Sequenzrhythmus. Und jetzt noch einmal. Einatmen. Und weil ausatmen. Hände auf den Boden. Und beugen wie möglich. Füllen Sie. Und mit Hilfe von Ihren Händen. Ist die auf den Händen. Entspannen Sie ganz im Körper. Fühlen Atmung. Rücken mit Atmung. Und dann wieder zurück. Bala bedeuten Kinder. Und Sie sind entspannt. So wie Kinder. Ruhig. entspannt. Nächste Übung ist sehr einfach, ist yogische Atmung und wir machen nur Bauchatmung. Liegen Sie auf dem Rücken, liegen Sie auf dem Rücken, Ihre Arme bei der Seite, Ihre Handflecken nach oben gerichtet, Bein auseinander, lassen locker Ihre Körper, entspannen Sie. Erster ist ruhiger, entspannt und jetzt nehmen Rechthänder auf die Brust, Linkhänder auf dem Bauch. Jetzt langsam tief einatmen, Bauchexpansion und langsam tief ausatmen, Bauchkontraktion, ziehen Bauch Richtung der Boden. So langsam tief einatmen, Bauchexpansion und tief ausatmen, Bauchkontraktion. So rhythmische Atmung, langsam tief einatmen, Bauchexpansion und tief ausatmen, Bauchkontraktion. Noch einmal tief einatmen, Bauchexpansion und tief ausatmen, Bauchkontraktion. Machen Sie noch drei Runde weiter. Tief einatmen, tief ausatmen, Bauchkontraktion. Wenn Sie möchten, Sie können machen zwei bis zehn Minuten. Aber wichtiger ist, Ihre Atmung ist lang, tief und rhythmisch. Nach zwei, drei Minuten oder fünf Minuten oder zehn Minuten, dann drehen Ihre rechte Seite. Und bitte sitzen bequem. und setzen in Meditation Haltung. Wenn Sie möchten, Sie nehmen Hilfe und setzen mit Kissen. Händen auf dem Knie, Rücken Blavin Garada. Normal Atmung. Nächstes. 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 Ubang ist Nadi Shodhan Pranayama. Rücken Blavin Garada, Augen Blavin Su. Beugen Ihre rechte Ellbogen. Hände in Nasikagermudra. Daumen auf dem rechten Nasenloch zeigen. Mittelfinger auf dem Sterne. Ringfinger auf dem linken Nasenloch. Bitte öffnen die Augen und sehen Sie Ihre ganz vorne. Nacken bleiben gerade. Und öffnen Ihre Brust. Und wenn Sie sind sicher, den Augen bleiben zu. Jetzt linke Nasenloch einatmen. Rechte aus. Wieder rechte ein. Linke aus. Es ist eine Runde, zweite Runde. Linke ein. Rechte aus. Wieder rechte ein. Linke aus. Zwei bis fünf Minuten. Sie können machen, das ist Ubung. Link ein. Rechte aus. Rechte aus. Rechte ein. Link aus. Beachten Sie Ihre Atmung. Rhythmische Atmung. Rhythmische Atmung. Ein- und ausatmen. Nach fünf bis sieben Runden. Hände auf dem Knie. Augen bleiben zu. Rhythmische Atmung. fühlen Sie ruhiger, leicht. Nadi Shodan Pranayama ist zu versweihe Anulom Veloma ist gut für Ihre Baden Gehirnhäfte balancieren oder Ida Pingla balancieren. Nadi Shodan Pranayama ist sehr hilfreich in Blut hochdruck. Die wichtige ist Ihre Atmung ist Rhythmisch. Nächste Subung ist Atemmeditation. Augen bleiben zu. Fühlen Sie Atmung im Nasenloch. Langsam einatmen und ausatmen. Am Anfang zählen. Sie zählen ein bis sieben. Und ausatmen ein bis sieben. und ausatmen ein bis sieben. Ein und ausatmen rhythmisch. Entspannen Sie Gesicht. Ihre Atmung. Weil einatmen, Sie fühlen cool im Nasen. Weil ausatmen, Sie fühlen warm im Nasenloch. Cool und warm im Nasenloch. Weil einatmen und ausatmen. Das ist die erste Bildung im Nasenloch. Es ist die erste Bildung. Vengewirkung. Und ausatmen. Das ist die erste Bildung. Und ausatmen. Wenn Sie nicht die erste Bildung da bau, Und jetzt reiben Sie Ihre Hände, legen Sie auf den geschlossenen Augen und bitte auf den Augen. Vielen Dank, dass Sie bei uns sind. Passt auf euch auf. Bitte mögen und abonnieren Sie unser Video, unseren Kanal. Bleiben sicher, bleiben gesund. Namaskar.